Dann kommt ein Zubat, dunkles Slymog, Herausforderung, dunkles Lektroball, weg, und hinter dem Lektroball haben wir eine Holo, Rockets Überraschungsangriff, Holo, GG, ein weiterer Holo-Spot ist weg, Manuel GZ, schnell alles ein-Slymen, das Slymen nimmt tatsächlich irgendwie am meisten Zeit irgendwie weg, das ist glaube ich auch nicht das Aufwandigste, das machst du am wenigsten Spaß am Ende, also wenn man so ganz viele Karten aufmacht, wenn man Slymog, das ist... Was ist der Preis für die Wohnung? Also ich sehe gerade, dass man für 300 gleiche Euro gegangen ist, als PGS9, 10er gibt es dann tatsächlich nicht, aber ein PGS10 auf Englisch ging für 436 weg, wie ich es sehe, dann kann man 450 direkt auch mit einschätzen. Ah, solider. Nein in den Top-Loader? Nein. BGS10 ist ja noch 436. Genau, BGS9,5 kann man ungefähr mit dem PSA 10 gleichsetzen, BGS10 ist dann schon wirklich noch mal ein bisschen besser als PSA 10. Dennoch ist das so, dass PSA 10 Karten ein bisschen teurer meistens sind, weil einfach PSA einfach Marke ist. Kennen sie deswegen, wir wollen ja lieber eine PSA Karte. Smogon. Wieso? Smogon. Erste Karte Manuel, aus dem ist ein Smogon, gefolgt von einem Mauzi. Magnitilo ist immer da. Ein Magnitilo. Ein Ponita. Rattini. Rattini. Auch geil. Ein Traumato. Uh, Dick, da darf bei meinem Homie nicht fehlen. Geil. Dick, da auch dir gezogen, Manuel. Gefolgt von einem Du-Floor. Hinter dem Du-Floor. Hyperheiler Energie. Hyperheiler Energie. Dahinter Herausforderung again. Und. Hast du einen Holo-Hit? Dunkles Smogmog in Rare. Genau. Und die Holo-Quote steigt wieder. GG Manuel.